Heute möchte ich noch mal in diesem ganzen Jahr arbeiten. Aber wie kann der Archiv? Wie kann der Archiv? Wie kann der Archiv? Ich habe den Archiv über meinen Kopf. Ich verstehe den ganzen Tag und bin ziemlich gut. Ich habe die mir nicht gelesen. Das kriege ich Sie heute. Ja. Du hast es auch. Du hast es auch. Ja. Ja. Die Technik ist ja zwei. Die Technik ist ja zwei. Was ist denn Ruhig? Also ich... Wahrscheinlich. Ich kann das auch zeigen. Nein, nein. Das ist wahrscheinlich so wie ich. Nein, nein, nein. Weißt du was? Mit dem WC? Ich habe Angst. Ehrlich. Das brauchst du aber nicht. Guck mal, ich habe den Klimawandel so da. Und dann war ich so gestorben. Er hat ja alles gemacht. Und dann habe ich festgestellt, aber ich bin nicht alleine. Irgendwie geht das alles nicht mehr. Ach, sie haben erst andere. Ja.